Hallihallo Hallöchen, Tag zusammen, Glück auf, Schalumchen und Moin bei POTANANDA. Es ist Sonntag, es ist Herbst, wie er herbstlicher nicht sein kann. Und wir gehen einfach mal raus und genießen unseren Kaffee und Kuchen oder Tee einfach mal outside. Kommt mit! Kaffee, Wasser, der Tisch ist gedeckt, die Wäffelchen liegen parat, herrlich. Was kann es Schöneres geben? Schöneres geben? Sunni Müller Etwas Schöneres geben? Schöneres geben? Nach geraumer Zeit kocht das dann endlich mal. Spannung. Ja schütter mal. Machen wir mal aus hier die Flamme. Heiß, heiß, heiß. Ach herrlich wie das duftet. Mhm. Guten. Ja Freunde, das ist es dann. Wir werden es mal schmecken lassen. Voll gesund. Ja total. Und vor allen Dingen gemütlich. Also bevor schlagen, geht doch auch einfach raus. Nehmt euch eine Thermoskanne mit Heißwasser oder macht das einfach draußen frisch. Brüdet euch aus. Setzt euch irgendwo hin. Guckt einfach ins Grüne. Auch wenn es regnet, dort willst du mehr. Ja in diesem Sinne, bleibt gesund bis bald. Geheime Waldwege im Waldpark. Verschlungene Pfade. Mysteriöse Nester. Geheime Waldwege im Waldpark. 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 Geheime Waldpark. Geheime Waldpark. Untertitelung des ZDF, 2020